TV Straßensound Ich bin hier mit meinem Cousin Big zu Demo Und wir sind gerade dabei unser Video zu drehen Wie mein Bruder Davut schon gesagt hat Und ja, Big Mo, vielleicht magst du den Leuten ein bisschen was sagen von dir Musikalisch und so weiter und so fort Weil die Leute haben noch keine Ahnung Von daher So ein bisschen Quasseln Alles klar Alles gut bei dir erstmal Wir haben uns Hallo schon gesagt, aber vor der Kamera nochmal Vor der Kamera, genau Davut als fest Bruder, alles bestens Wie bist du zur Musik gekommen Und wie bist du zu deinem Cousin gekommen Ist natürlich eine dumme Frage, aber warum macht ihr Musik zusammen? Genau, also es hat eigentlich Damals in jungen Jahren schon angefangen, auch schon sehr lange Ich habe eigentlich so damit begonnen Wie er eigentlich begonnen hat, so fing ich damit an ganz locker Hier, ja Mo, ja hier, ich fange jetzt an Musik zu machen und so weiter und so fort Und Murat, hab ich gesagt, ja ok komm, lassen wir auch locker mit anfangen Hat er gesagt, hier schreibt man einen Text draufgeschrieben, Beat draufgekackt Locker, die Leute meinten Boah krass, in jungen Jahren schon Und so haben wir halt immer weiter gemacht Bis heute Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 20 geworden Und wann hast du angefangen mit der Musik? Mit der Musik eigentlich auch erst so, wie er eigentlich Auch in ganz jungen Jahren, eigentlich so mit 14 kann man schon sagen Mit 14 Jahren hat er angefangen, aber das war jetzt nicht durchgehend Eigentlich genau wie bei mir Also nicht durchgehend Also in jungen Jahren, wie gesagt, 14, 15 15, 16 schon Auftritte hintereinander gehabt Ganz halb mit den großen Jungs und so weiter und so fort Schritt für Schritt und ja Mal abgebrochen, mal weitergemacht und Bis jetzt halt so Und Murat, wie findest du Rapper in Cousin? Mein Cousin ist der Beste, Alter Killer Der ist ein unentdecktes Talent Ich meine, okay, die meisten kennen den Die wissen was Sache ist und die pumpen den alle in Autos und überall Also mein Cousin ist auf jeden Fall Für mich der krasseste Künstler auf jeden Fall Sehr krasser Rapper Ich hab vorhin euren Song gehört, der ist top abgemischt Der Beat ist geil, also wer sind eure Produzenten? Wer hat den Beat gemacht? Schöne Grüße an meinen Bruder Massaker Beatz, der King Auf jeden Fall und an Pepper Beatz Auch der King Die Jungs sind auf jeden Fall sehr gute Produzenten Und die produzieren halt unsere ganzen Sachen Und ja, die produzieren auf jeden Fall auf höchstem Niveau Euer Studio heißt Cistroir Das hört man auch oft in Deutsch-Weib-Liedern Also wer nimmt alles im Studio auf und für wen produzieren die? Also Cistroir Music, Raum Frankfurt Oder auch außerhalb, deutschlandweit Also haben sehr viele Leute auch bei uns aufgenommen Allgemein und auch keine kleinen lahmen Mal größer, mal kleiner Wir waren jetzt das letzte Mal dabei, also Schwester Eva war auch immer dabei Ja, ist ganz locker Also sehr viele Leute auf jeden Fall, Automatik Mein Bruder Mimo, schöne Grüße an Dümarok Er hat auch bei uns aufgenommen Also sehr viele Leute in der Szene Schwester Eva hat bei uns aufgenommen Chabos Wissen wer der Babo ist, Remix Wurden auch zwei, drei Vocals auch bei uns aufgenommen Ja Ich könnte jetzt so viele Namen aufzählen Aber die Leute wissen selber beschert Also wer Interesse hat bei euch im Studio aufzunehmen Kann sich gerne bei Cistroir melden Ja auf jeden Fall, das macht mein Bruder Maseka Beatz A.K.A. jetzt Dimi Also er heißt jetzt Dimi Checkt ihn auf jeden Fall ab Ein sehr krasser Künstler, ein sehr guter Bruder Und ja, also er macht das alles Deswegen meldet euch auf jeden Fall bei Maseka Beatz Oder bei Dimi direkt Und ja, die Leute die Interesse haben Okay cool Alles klar Bruder, was werden wir nächste Zeit von dir noch erwarten können Was hast du geplant und was möchtest du rausballern Genau, also bei mir ist das ganz locker Noch ein paar Tracks hintereinander Bei mir die Projekte warten erstmal Natürlich erstmal Murat Also der wird erstmal natürlich in nächster Zeit Auf jeden Fall mal so einiges auseinander nehmen Denk ich auf jeden Fall Und wir werden einfach mal abwarten Kommen ich einfach mal dahinter Die Zeit wird noch kommen Und da wird auch noch das Statement dazu stehen Alles klar Auf jeden Fall Das Video Oh Von den beiden Herren Das Lied kennt ihr vielleicht schon Das Video drehen wir gerade Exklusiv für TV-Straßensound Abonniert unseren Kanal Und checkt das Video Von den beiden Jungs Oben, unten, rechts, links Und am besten Blenden wir hier unten Das Musikvideo ein Checkt es aus Geiles Ding geworden Auf jeden Fall Alles klar Bruder Am Spreut Bruder Mich auch sehr Murat du heißt selber Bescheid Und hatte ich euch schon erzählt Wir sind hier gerade am Langfahren gewesen Und der wollte uns was zu Essen ausgeben Aber ich wollte auf jeden Fall die Szene hier haben Ich wollte die haben Trotzdem gehen wir jetzt essen Sorry an die Frankfurter Auf jeden Fall Tee vom Straßensound Wir sind raus Junggesellenabschiedstour von Farid Bang Mit Summer Jam, Bas-Ultan-Hengst, Farid Bang War auf jeden Fall cool Die Geschichte mit Mok war so Dass er sich damals zu weit aus dem Fenster gelehnt hat Und ein Volk beleidigt hat Und das ist mein Volk Weil es gibt viele die sagen immer Äh, dies, das, blablabla Ich bin gebürtiger Frankfurter Und ich wohne in Offenbach Und ich rede Momo Die Stadt